Hallo und herzlich willkommen hier auf Lurelda.de. Was ist eigentlich Lurelda? Nun Lurelda ist eine Homepage für kostenlose Online-Nachhilfe. Nun, wie soll man sich das vorstellen, Online-Nachhilfe? Naja, wir stellen einfach für euch Videos online, die ihr euch anschauen könnt und schreiben dazu ein bisschen was mit den PDFs, stellen euch Aufgaben. So, fangen wir doch mal von vorne an. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee, Online-Videos für Nachhilfe zu produzieren? Nun, ich habe schon sehr viel Nachhilfe gegeben, um mein Studium zu finanzieren und habe dabei viele Crash-Kurse unterrichtet. Mehr als zehnmal habe ich Leute mit einem Crash-Kurs auf das Abitur vorbereitet. Und bei der zehnten Wiederholung kam mir so vor, als ob ich alles schon oft dasselbe immer wieder und wieder gesagt habe und eigentlich mich die ganze Zeit wiederhole und dachte, eigentlich hätte ich doch beim neunten Mal ein Video drehen sollen, damit ich beim zehnten Mal nicht vorne hinstehen muss. Nun, ein Video hat noch andere Vorteile. Man kann es so oft anschauen, wie man will, und man kann es irgendwo stoppen. Das heißt, der Schüler muss nicht stopp-brüllen und den Lehrer am Anfang, sondern es schaut sich einfach die gewisse Stelle im Video wieder an. Nun, mit dieser Idee im Kopf habe ich einfach ein paar Kollegen zusammengesucht, denn alleine ist sehr viel Arbeit. Wenn sich das auf mehrere Schulen verteilt, wird es immer einfacher. Und so habe ich mir einfach vier weitere Leute mit ins Boot geholt. Hallo, dieses Projekt hat natürlich auch Kosten nach sich gezogen. Für die Kamera zum Beispiel, für die Belichtung oder auch für die Kabel. Diese Kosten müssen natürlich gedeckt werden und das versuchen wir durch Werbung auf der Homepage zu decken. Die Videos, die ihr anschauen könnt auf der Homepage, bleiben für euch kostenlos. Das ist ganz, ganz wichtig. Für euch fallen also gar keine Kosten an. Wie findet ihr die Videos auf der Homepage? Das könnt ihr entweder durch die Unterteilung links, also die Mathematik, Physik und dann die einzelnen Unterthemen suchen, oder auch die Suchfunktion benutzen. Unterteilt sind unsere Ergebnisse quasi in Videos, in Aufgaben zu den entsprechenden Videos und zu den Musterlösungen, die dann als PDF oder auch als Video vorhanden sind. Das Projekt Lurella ist ein Versuch. Wir sind nicht perfekt, aber wir versuchen euch so gut wie möglich die Sachen zu erklären. Wir machen das Ganze aus Spaß, jetzt nicht irgendwie um Geld zu verdienen. Dementsprechend befinden wir uns auch noch in der Testphase und wir schauen, wie sich das daraus entwickelt. Natürlich ist dann auch eure Mithilfe gern gesehen. Also Fragen, Anregungen, Kritik könnt ihr gerne per E-Mail an uns schicken. Und wir sind nicht über jede Wortentwicklung, über jede Kritik dankbar. M03-Mail an uns schicken. M03-Mail an uns schicken. M03-Mail an uns schicken.